Ich gebe Euch ein neues Gebot, liebt einander, ihr sollt einander so lieben wie ich Euch geliebt habe. Guten Morgen, bin ich ein Guru, bin ich der Messias der eine Nachricht den Erdenmännchen zu verkünden hat, bin ich irgendwie weiter höher oder besser als Du der da vor dem Bildschirm setzt. Nein und ja, weil ich ein alternatives Leben einfach hier bei Youtube darstelle und über das wir gemeinsam reflektieren, dabei stelle ich mich selbst oft in Frage, ich mache Fehler und es ist auch ganz klar ein Weg zu erkennen. Gerade in der Anfangszeit war das hier ja ein persönliches Tagebuch, ich greife aber auch generelle und allgemeine Themen auf und überdenke sie aus meiner Sichtweise und stelle diese auch als meine Sichtweise dar und sage nicht dass das eine generelle Allgemeingültigkeit hat. Aber diese Darstellung ist eine Darstellung. Ich gebrauche sehr häufig immer die Termini wie ich denke, ich glaube oder nach meiner Überzeugung oder die logische Folge ist, ich lehre diese Themen nicht, ich lehre nicht ob ihr Euch vegan ernähren solltet, ich lehre Euch nicht dass ihr gesund leben sollt und ich lehre Euch auch nicht dass ihr einander lieben müsst. Ich teile meine Visionen, mein Denken und meine Gefühle. Ich bin auch ungerecht, ich bin auch egoistisch und auch wenn ich es oft selber nicht wahrhaben will, bin ich manchmal rechthaberig. Dinge die ich selber in meinen Videos als sich für mich als ungut anführend bezeichne, wo ich selber sehe ok das möchte ich eigentlich nicht, aber das bin ich auch. Da bin ich kein Guru wenn es um die Thematiken geht die ich behandle, ich bin kein Messias der Euch die ultimative Wahrheit verkündet. Diejenigen die nicht meiner Meinung sind werden das sowieso schon kategorisch ablehnen, aber diejenigen die oft zustimmen laufen schon ein wenig Gefahr meine thematischen Beiträge blind zu lobpreisen und unreflektiert als die Wahrheit anzunehmen. Nein wenn es um die Themen und die Ausformulierung eines Themas geht worüber ich nachdenke, dann bin ich kein Prophet oder ein Guru. Aber ich bin ein Guru in zweierlei Hinsicht. Auf 2 Wegen gehe ich den Weg als Heilsbringer für Euch und nehme die Rolle als Lehrmeister an. Der erste Weg ist die Tatsache dass ich der Überzeugung bin dass jeder Mensch wirklich JEDER Mensch irgendeinen anderen beliebigen Menschen etwas beibringen kann. In irgendeiner Sache ist jeder Mensch einen beliebigen anderen Menschen überlegen, hat also mehr Erfahrungen, hat die Dinge mehr überdacht oder einfach die psychisch oder physisch besseren Voraussetzungen und kann ein Guru für diesen Menschen sein. Ein Lehrmeister. Daher kann ich durchaus ganz singulär bei einem Thema für eine Person ein Lehrmeister sein. Der zweite Weg wo ich die Rolle als Guru annähen kann ist eben nicht der Weg den ich gehe sondern die Art und Weise wie ich den Weg gehe. Es sind nicht die Meinungen oder die Schlussfolgerungen in meinen Videos. Es ist auch nicht die Argumentationsführung oder die stringente Logik. Es ist nicht das Ergebnis und die postulierten Handlungsanweisungen. Es ist die Art und Weise des Denkens was sich in der Logik oder in der Argumentation oder in den abgeleiteten Konklusionen dann auch manifestiert. Es geht um das was ich oft als kritisches Bewusstsein bezeichnet wird, was allerdings nach meiner Definition eher die Bewusstheit ist. Ich kann Euch lehren auf eine ganz spezielle Art und Weise zu denken. Ich kann und will Euch nicht lehren zu denken was ich denke, also meiner Meinung zu sein egal wie fest ich davon überzeugt bin, aber ich kann Euch lehren so zu denken dass ihr Euer Denken erweitert, dass Euer Denken größer und ganzheitlicher wird. Ich kann Euch die Demut lehren dass Euer Denken auch immer Konditionierung und Manipulation unterlegen sein wird. Ich bin Euer Guru, ein Lehrmeister des Denkens. Ein Lehrmeister der stümperhaft auch versucht das Bewusstsein, also die Ebene des Seins in das Denken zu transformieren, dessen Versuch aber der Finger sein kann der auf die Wahrheit hinweist und damit Euch hilft. Ich kann Euch niemals sagen wer ihr seid und wohin ihr geht, aber ich kann Euch die Richtung zeigen und wie ihr Euer Denken nutzt um die Dinge in Eurem Gehirn zu ordnen. Wie ihr sie ordnet ist Euer ganz spezieller Weg, darum geht es nicht. Einen Weg den ihr mit Liebe und mit klarem Geist gehen solltet. Dabei helfe ich Euch. Also ich hoffe ich konnte die Frage Bin ich ein Guru heute differenziert beantworten und schreibt mir Eure Meinung zu diesem Thema. In Berlin Euer Ich hoffe